Ohne eine solide Fahrtechnik sollte man keine alpinen Touren unter die Stollen nehmen. Die Ötzi Bike Academy verfügt über einen eigenen Bikepark für Fahrtechnikkurse. Gerade Einsteiger schätzen das Gelände für die ersten Basisübungen. Die Kehren im Bikepark haben es in sich und verlangen meist einige Anläufe. Wir von der Ötzi Bike Academy bieten die ganze Woche geführte Touren und natürlich auch Techniktrainings an. Die Techniktrainings finden hier in unserem neu gegründeten Park, Techniktrainingsparcours, statt. Es sind 3500 Quadratmeter, aufgeteilt in den einzelnen Sequenzen. Das Runterfahren, das Hochfahren, Kurventechnik, Gleichgewichtsübungen. Wir bieten hier zweimal die Woche Technikgrundkurse an, was ich wirklich jedem Teilnehmer empfehle, der auch an unsere Touren teilnimmt. Das Techniktrainings für die Fortgeschrittenen machen wir mehr im Gelände. Und natürlich sehr, sehr beliebt das letzte Jahr unsere Zweitagestechnikseminare, was wir immer Samstag und Sonntag anbieten. Der Techniktrainingsparcours von der Ötzi Bike Academy wird natürlich auch von unserem Ötzi Bike Team, von dem Nachwuchsteam genutzt. Hier zwei unserer Athleten. Die eine ist Greta Weithaler, dreifache Italienmeisterin im Cross Country. Die zweite ist Manuel, die hier fleißig im Training immer sind. Greta, erzähl mal ein bisschen, was kann man hier im Park alles machen? Also, wie gesagt, in dem Park hat man sehr viele Trainingsmöglichkeiten. Man kann sich perfekt auf die Rennen vorbereiten, im technischen Sinn jetzt. Und ich glaube, das ist das Beste, was der Klaus halt auch machen könnte. Der Manuel ist ganz neu in unserem Team, seit einem Jahr. Aber das Team sagt schon, es ist der Techniker. Er ist sehr, sehr fleißig bei uns im Parkcup und trainieren. Manuel, ganz kurz, was gefällt dir da am besten im Park? Ja, der Spitzkern ist ein ganz flotter Kommen, auch trainieren, Schnelligkeit und auch immer sauber fährt. Und ja, ganz flott halt. Nachmachen will gelernt sein. Die Informationen dafür gibt es bei der Ötzi Bike Academy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.